Guten Morgen meine Freunde, euer Cooch hier ist Cecil. Wisst ihr was so krasses? Also wirklich so krass? Es ist alles Kopfsache. Alles. Du bist Kopfsache gewesen. Von deinen Eltern. Das Auto, in dem ich sitze, da hat irgendjemand gedacht, ich erstelle genau dieses Auto. Die Straße hier. Hat irgendjemand gedacht, ey cool, wenn wir da eine Straße hinbauen und da ein Haus hinbauen, das ist voll cool. Das Fitnessstudio da vorne. Das Handy, was ich hier habe. Da hat jemand gedacht, ey cool, ich entwickle so ein iPhone, das ist ja voll cool. Alles ist Kopfsache. Alles. Selbst die Bäume. Da hat irgendjemand gedacht, ey, da pflanze ich einen Baum hin. Das ist das Krasse, dass alles Kopfsache ist. Und natürlich auch, wie unser Leben verläuft. Das ist alles Kopfsache. Was denke ich? Wie sehe ich Sachen? Überleg mal, ich habe fünfmal mein Hobby zum Beruf gemacht, weil ich mir immer gedacht habe, ey, Basketballprofi, ja das ist voll cool. Das will ich machen. Oder dann Personaltraining, ey, das ist voll cool. Oder Immobilien. Ich hatte ja nichts mit Immobilien zu tun. Ich habe keine Maklerausbildung, gar nichts. Ich habe einfach nur gedacht, ey, so Wohnungen zu kaufen und die dann zu sanieren und dann zu verkaufen, ey, das ist ja voll geil. Es ist nur das, was wir denken. Und wenn wir dann denken, ja, das ist voll geil, aber ich habe keinen Bock. Ja, dann hast du keinen Bock. Aber wenn wir denken, ey, ich will das unbedingt, oh, das ist voll cool. Und man gibt jeden Tag Gas. Das Leben, alles, was wir haben, ist alles Kopfsache. Das, wo wir sind, ist alles Kopfsache. Die Beziehung, die wir haben, ist alles Kopfsache. Der Körper, den ich habe, ist alles Kopfsache. Ich habe 0,0 Bock, aber ich habe Bock, einen coolen Körper zu haben. Deswegen gehe ich jeden Tag zum Sport, ernähre mich gesund. Es ist alles Kopfsache. Partner trennen sich und die eine Person denkt, ach, nein, mein Partner ist weg. Ich kann jetzt gar nicht mehr atmen. Sessi, wie soll ich atmen? Und die andere, und frisst dann ohne Ende, nimmt 40 Kilo zu. Und die andere Person so, hey, geil, jetzt mache ich jetzt mal Party drei Monate. So, jetzt, keine Ahnung, genieße ich erstmal richtig mein Leben. Und da ich so viel Party mache und mich so krass freue, weil ich, ja, praktisch jetzt frei bin, deswegen nehme ich 10 Kilo ab, weil ich voll wenig esse jetzt. Und ich habe voll Bock auf ein Sixpack. Es ist alles ein Kopfsache. Menschen fragen mich immer, ja, was soll ich nach der Trennung jetzt machen? Anders denken. Ja, wie anders denken? Es geht ja gar nicht. Doch, doch, das geht. Das ist es ja. Deswegen muss man ja als erstes lernen, anders zu denken. Und dann hat man ja andere Erfolge. Gerade gestern wieder ein YouTube-Kommentar. Ja, aber Reichtum, das ist ja immer nur von den Vorfahren. Sonst kann man das ja gar nicht aufbauen. Offiziell faktisch komplett falsch. 87% der Milliardäre, das ist nochmal krasser als Millionäre, sind self-made, haben mit 0 Euro Startkapital angefangen. Auch fast 90% der Millionäre haben mit 0 Startkapital angefangen. Das ist faktisch falsch. Gerade die Leute, die ganz behütet bei reichen Eltern aufwachsen, die sind eher nicht so motiviert, was zu erreichen. Aber die Person denkt das. Das heißt, die Person denkt, ja, nee, das ist ja nur, wenn man aus reichem Elternhaus kommt und deswegen kann man das. Es ist ja faktisch falsch. Es ist nur das, was wir uns sagen. Die Kommentare auch bei YouTube. Ja, aber kann man denn das? Kann man denn das? Kann man denn das? Ja, es ist nur das, was wir uns sagen. Deswegen scheitern ja alle. Es fängt immer beim Denken an. Und das Krasse ist ja, deswegen ist es ja so leicht, in allen Bereichen, und das schaffen da draußen 99,9% nicht, deswegen ist es ja so leicht, in allen Bereichen erfolgreich zu werden. Egal ob Beziehung, Geld verdienen, Stressmanagement, Körper, Selbstbewusstsein. Deswegen ist es ja so leicht. Das ist ja der Grund, ich mache ja über 20 Jahre das mit mentalem Coaching, das ist ja der Grund, warum die Teilnehmer zum Beispiel vom Matrix-Prinzip und Business-Prinzip so erfolgreich sind. Auch beim Maximum-Prinzip. Körper hat nichts mit, du musst jetzt das essen. Nein. Ein Shift im Kopf. Man muss es verstehen. Und dann ist es egal, ob es ein toller Körper ist, mehr Geld verdienen. Es ist der Shift. Das ist das Wichtigste. Und die Ziele, das sind nur Symptome. Das erreicht man dann. Und alle anderen geben alle Macht von sich weg. Ein Autofahrer hat mich angehubt und deswegen habe ich jetzt die ganze Woche schlechte Laune. Und mein Arbeitgeber hat das und das gesagt, deswegen, ich hasse den Job. Und andere Menschen sitzen da und lieben den Job. Im gleichen Job. Die sitzen nebeneinander. Die sitzen nebeneinander bei der Arbeit. Einer hasst den Job und einer liebt den Job. Es ist der gleiche Job. Es ist nur das, was ich mir sage. Früher hat mein Arzt mir als 10-Jähriger gesagt, hey, du fetter, kleiner, hässlicher Junge, wirst niemals Leistungssport machen können mit deinen ätzenden, kaputten Knien. Da hätte ich entweder sagen können, ja, ja, dann hätte ich mein Leben lang erzählen können, ja, damals, ich hätte ja eigentlich auch Lust auf Sport gehabt. Aber mein Arzt hat mir gesagt, nee, ich hatte keine Chance. Nee, ich hatte keine Chance. Und alle hätten gesagt, ach so, ja, okay, wenn dein Arzt das gesagt hat, hat dann, ja, dann konntest du ja nichts dafür. Und dann wäre ich ein dicker Büroangestellter gewesen und hätte mein ganzes Leben lang diese Story erzählt. Und alle hätten gesagt, ja, du Armer, du warst ja ein fetter Junge und hattest ja gar keine Chance. Was habe ich gemacht? Ich habe den hier gezeigt. Ich habe gesagt, hey, du sagst mir gar nichts. Ich werde Profi-Basketballspieler. Profi. Hatte niemals Probleme mit meinen Knien. Es ist nur das, was nach einem Ereignis ich mir selber sage. Irgendwas passiert, was sage ich mir? Krieg bricht aus, was sage ich mir? Ich sehe ein Video von Coach Stessel, der sagt irgendwas von finanziell abkoppeln und mehr Geld verdienen. Was sage ich mir? Nee, sowas geht ja gar nicht. Hallo, die sind ja alle nur von reichen Eltern. Hallo, sowas. Oder sage ich mir? Wie? Ich will es wissen. Was sage ich mir? Und das müssen wir verstehen, dass da, wo du jetzt gerade bist, mit den Beziehungen, mit deinem Körper, mit Geld verdienen, in welcher Stadt du lebst, wie dein Leben ist, ist Resultat von dem, was du gedacht hast. Du denkst vielleicht, ja, ja, einen Arbeitgeber zu haben, der mich jederzeit kündigen kann und das die nächsten 40 Jahre zu machen, so wie ich das in der Schule gelernt habe, das ist voll sicher. Das heißt, natürlich ist das sicher. Was? Unabhängige Einnahmequellen aufbauen, auch noch sieben verschiedene. Sowas gibt es gar nicht auf der Welt. Wenn du dir das sagst, dann lebst du wahrscheinlich genau in dem Leben. Weil das ist ja das, was du dir sagst. Das heißt, egal ob Beziehung, egal in welchem Bereich, das, was wir uns sagen, das ist ja das, wie wir leben. Das ist ja das Resultat. Und wenn wir was anderes erreichen wollen, eigentlich muss das wirklich jeder verstehen. Dann müssen wir als erstes anders denken, damit wir dann anders handeln, damit wir dann was anderes erreichen. Das ist der absolute Wahnsinn, hat schon Einstein gesagt, wenn man immer das Gleiche macht und man denkt, da kommt ein anderes Ergebnis raus. Ich gehe immer wieder zu meinem Job, wo ich weiß, dass die nächsten 20 Jahre werde ich höchstens 10% mehr verdienen. Ich kenne schon meinen Rentenbescheid. Das steht ja schon schwarz auf weiß. Aber ich denke irgendwie, ja, aber wenn ich das jetzt noch mal 40 Jahre weitermache, ja, vielleicht ist dann irgendwas... Was dann vielleicht? Wir haben schon die Bestätigung, schwarz auf weiß. Was soll dann anders sein? Und genau das ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Weil das Leben ist nicht so, wie es ist. Das Leben ist so, wie du es siehst und wie du es dir machst. Und das fängt hier an. Das ist so elementar wichtig. Und wenn du jetzt natürlich das Wissen brauchst und nicht weißt, ja, okay, alles klar, hört sich logisch an, aber wie mache ich denn das jetzt? Dann kannst du die kostenlose Beratung in Anspruch nehmen im Wert von 199 Euro, aber natürlich jeden Tag immer nur limitierte Plätze. Jetzt haben wir wieder ein paar Plätze, aber das ist keine Garantie. Versuch einen Platz zu bekommen hier drunter und dann kann man genau gucken, okay, wie könnte ich das denn in meiner Situation umsetzen? Weil im Endeffekt kann es jeder. Das ist es ja. Also, ich gehe jetzt zum Sport rein und bis später. Ich gehe jetzt zum Sport rein und bis später. Ich gehe jetzt zum Sport rein und bis später. Untertitelung. BR 2018